Musik Es war eine gelungene Premiere für den Conventa 2012 im neuen Messe- und Veranstaltungspark in Lübau. Am vergangenen Wochenende zog es tausende Gäste zur Oberlausitzer Gewerbe- und Leistungsschau auf das Gelände der 6. Sächsischen Landesgartenschau. Ganz traditionell eröffneten am Samstagvormittag die Oberbürgermeister des Sechstädtebundes im Feinhistorischen Zwirn die regionale Messe. Nach der feierlichen Eröffnung machten sich die prominenten Gäste auf den Weg zu einem Messerundgang. Ein bunter Branchenmix mit Angeboten von Handwerk, Überbildung und Tourismus präsentierte sich in der neuen Messehalle sowie auf dem Außengelände der Landesgartenschau. Die Conventa versteht sich als Plattform für Unternehmen und Gewerbetreibende auch über den Landkreis Görlitz hinaus. So waren Firmen und Initiativen aus dem Landkreis Bautzen sowie dem tschechischen und polnischen Nachbarland vertreten. Auf der großen Bühne erlebten die Gäste ein abwechslungsreiches Show- und Informationsprogramm. Über 23.000 Besucher überzeugten sich vom neuen Messestandort und gaben den Machern ein glänzendes Feedback. Spätestens seit diesem Wochenende hat sich Löbau als zentraler Messestandort der Oberlausitz etabliert. Spätestens caher Spätestens Spätestens Untertitelung des ZDF, 2020